Also wir brauchen einen USP und das ist uns klar und im Endeffekt liegt er wirklich in diesem Tail-Risk-Catch. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben so wenig Komplexität in das Portfolio gebracht wie möglich. Wir halten momentan sechs Optionen, das war's. Herzlich willkommen aus Mannheim beim großen Finale der fünften Staffel von Future Fundstars bei der 4 Fonds-Boutique ihre Strategie pitchen werden und um ein Preisgeld in Höhe von bis zu 3 Millionen Euro kämpfen. Unter anderem bei den Finalisten dabei, Lukas Grimm von der Frankfurter Fonds-Boutique FVM. Herzlich willkommen hier in Mannheim. Vielen Dank, Tim. Ich freue mich dabei zu sein. Ja, deine Strategie ist eine Wohler-Strategie. Zum Intro, nimm uns doch mal mit, was macht deine Strategie so besonders, weswegen du es wahrscheinlich auch hier ins Finale geschafft hast? Genau, also der Fokus unserer Strategie sind ganz klar sogenannte Tail-Risks, also diese sehr, sehr schnellen Abverkäufe an den breiten Aktienindizes, das ist, wo sich unsere Strategie darauf fokussiert. Das Problem, was man oft bei solchen Ansätzen hat, ist eine gewisse Kapitalineffizienz. Das heißt, 99 Prozent der Zeit, da passiert nichts Schlimmes am Markt, das ist ja auch schön. Und in dieser Zeit muss man dann auch trotzdem positive Renditen schaffen, damit dieser Tail-Risk-Hedge auch sich wirklich für die Investoren lohnt. Das ist also das Konzept unseres Fonds. Jetzt ist das Thema, dass die Zinsen zurück sind. Viele Anleihmanager freuen sich natürlich, viele Investoren fragen sich, warum muss ich jetzt noch einen komplizierten Wohler-Fonds annokieren oder mich damit beschäftigen überhaupt, das Ganze fair stehen, wenn ich nicht einfach eine Staatsanleihe für 4 bis 5 Prozent ins Portfolio kaufen kann. Ja, also die Bundesanleihen sind jetzt schon wieder ein bisschen weiter drunter, aber ja, der Zinsanstieg, der hat uns als Haus auch sehr gefreut, weil wir sind ja natürlich auch im Credit-Bereich sehr stark vertreten. Was jetzt diese Strategie spezifisch betrifft, profitiert sie auch eigentlich direkt von diesem Zinsanstieg. Und wir haben da gewisse Freiheiten, wie wir das strukturieren und positionieren und wir sind momentan aber sehr am kurzen Ende. Dadurch, dass diese Kurve so invertiert ist, verdienen wir momentan 3,7 Prozent auf das Portfolio, inklusive Cash und das ohne, dass wir anfangen mit unseren Optionen überhaupt zu handeln. Und jetzt gibt es viele Wohler-Strategien natürlich im Markt, in Deutschland, klar, da gibt es auch namhafte Konkurrenten. Wie wollt ihr euch eben gegen diese Konkurrenten durchsetzen? Also wir brauchen einen USP und das ist uns klar und im Endeffekt liegt er wirklich in diesem Tail-Risk-Catch. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben so wenig Komplexität in das Portfolio gebracht wie möglich. Wir halten momentan sechs Optionen, das war's. Wir haben eine sehr hohe Robustheit, also was wir auch machen, was viele nicht machen, ist, wir verzichten auf die Performance-Feed, das ist uns sehr, sehr wichtig und es erlaubt uns aber auch, gewisse andere Aspekte des Portfolios zu steuern, zum Beispiel diesen Hedge auszubauen. Zu guter Letzt sind natürlich meine Kollegen, ein ganz wichtiger USP, und da haben wir die Silvia Oleg, das ist eine sehr erfahrene Optionshändlerin, die hat zehn Jahre bei der UBS gearbeitet in der Schweiz und ja, eins der Top-Credit-Teams in ganz Europa, muss man ja mittlerweile sagen, so gesehen sind wir da auch sehr gut aufgestellt. Wenn man als Investor nach vorne schaut, was kann man, wenn man jetzt bei euch investiert, vielleicht für das laufende Jahr auch an Performance erwarten? Langfristigen Track-Record oder in Simulationen ergibt das Optionsportfolio sogar fünf bis sieben Prozent pro Jahr, das ist relativ konservativ. Und im Zins, da verdienen wir, wie gesagt, diese 3,7 Prozent. Also wir bewegen uns hier im hohen, einstelligen Bereich weit über den sieben Prozent, die man ja so avisiert, wenn man in zehn Jahren sein Geld verdoppeln will. Insofern mit einer Wohler-Strategie hier beim großen Finale von Future Fundstars, die sich auch gegen namhoffene Konkurrenz durchsetzen will, ist Lukas Grimm von FHM hier. Vielen Dank für deine Einblicke. Vielen Dank, Tim.